Geh mal ein Stück weg Ne, es haut nicht hin Fuck you Nur weil ich da runterfallen muss Das ist doch unglaublich Unglaublich Gemein und scheiße Was zum Glück fällt da keine Lavakugel mehr runter, jetzt kann ich da einfach hoch Hey Spyro Weg mit dem Weg mit dem Ach und deshalb bräuchte ich so Lava-Spuckdinger, naja jetzt verstehe ich's Das ist ja easy Komm, krieg ein So, jetzt muss ich nur auf den Spucken und dann treffe ich ihn damit Aber wenn es weiter nichts ist Zwölf So alt muss ich nochmal sein, so zwölf Weg ist schon lange nicht mehr Weg mit dem Frische 28 Kumpfig Nimm mal noch ein paar mit Ach, der hat getroffen Ey Hihi Oh, scheiße. Nimm uns noch den davor. Das weg. Hänge noch irgendwas? Mal gucken, wo der da ist. Ah. Wieso hängt denn da einer? Ich sie noch nicht mehr treffe. Irgendwie so ein bisschen komisch bedacht. Ich habe mal neulet. Noch vier. Noch drei. Wo sind die letzten drei? Alle drei zusammen. So, noch zwei. Ich habe mal neulet. Jetzt treffe ich nicht mal. Alter. Mein Zielvermögen ist ja echt schlimm. Das sind echt nur noch die beiden. Komm, die erwische ich. So, nur noch einer. Den will ich jetzt auch erwischen. Danke, Spyro. Du hast die Party gerettet. Hier, das war unter den Käsebällchen. Hätte mir fast einen Zahn daran ausgebrochen. Gibt es noch eine zweite Runde? Oder haben wir jetzt alle? Ja, wir haben alle. Nice. Ja, so viele fehlen noch. Wo kann ich den hier hin? Da liegt ein Zähler rum. Hier. Was ist denn aus diesem Bereich jetzt eigentlich alles? 15 fehlen, okay. Gibt es denn noch 15 Stück? Das ist denn da olden? Aha. Ich muss da nur mal ein Zähler. Da fehlen 15 Stück. Oh, wo? 15 Edelsteine fehlen mir da noch. Wo sind denn die? Ich muss da nur mal ein Zähler. Ich muss da nur mal ein Zähler. Da fehlen noch Edelsteine. Ja, wo sind denn die? Ja, ich habe echt keine Idee. 15 Edelsteine. 15 Edelsteine. Wo denn? Ich frage mich nur, wo? Wahrscheinlich hier. Ja, hier ist schon mal einer? Ja. Tatsächlich. Oh mein Gott. Okay. Haben wir jetzt auch. Wunderbar. Ging ja schneller, als ich dachte. Hey. Ja, komm. Kennen wir. Ich finde die Animation sehr nett. Dass man den noch, während er dabei ist, ins herbstliche Heimat zu fliegen, dort noch steuern kann. Cool. So, was fehlt mir denn eigentlich noch? Ähm. Dann machen wir jetzt Schattige Oase. Da gehe ich jetzt als nächstes hin. Hier. Film mir auch noch ein paar Sachen. Und das letzte ist eine Eisstrecke. Was fehlt mir denn hier? Okay. Eine Aufgabe und 77 Edelsteine. Ja, dann weiß ich, was zu tun ist. Ja, ja. Dann weiß ich schon wo. Dann weiß ich, was zu tun ist. and physical Das ist so, Hanma. Ok, und Schuss! Nett, und Schupp! Wo kann ich den Dipp verwenden eigentlich? Ach, ich weiß vorher, ja, ja, hm? Den nehmen, und den Spucken! Hä? Was nicht mehr fett? Den Lauf! Lauf einfach! Lauf und iss! Werb Bären stark und ramm die Tür weg! Kennen wir schon! Ektames! Meine acht Brüder sind in Stein gefangen! Gut, mach ich! Mir nach! Noch mehr? Ich befreue einfach mal! Danke für die Rettung! Ich hab nur dieses Dingsbums für dich! Aber wenigstens ist es kein Problem! Alles klar! 43! So, wir haben schon mal gekugeln! Wir sind noch so viele... Ah, hier! Na gut, dass das Glas so nicht kaputt geht! Das muss jetzt eigentlich der Rest sein, oder? Ne, zwölf! Zwölf Stück? Wo? Guck ich nach! Zwölf Edelsteine! Wir wissen doch, wo die sein sollen! Keine Idee! Ja, ich würde die Welt hier fertig haben! Wäre cool! Habe ich denn weg? Ach! Ich glaube, ich weiß es! Da war doch eigentlich so ein Fragezeichen-Krug, oder? Oder habe ich denn schon? Das ist ein bisschen viel für zwölf! Für zwölf Edelsteine! Warte mal! Spiro! Drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen! Habe ich doch schon! Habe ich doch schon! Will ich doch nicht nochmal machen! Brauche ich das nochmal unbedingt? Ne! Für mich das hier! Ich weiß es nicht! Das weiß ich auch! Das ist... Hier! Hier! So! Das ist dort hinten! Die Lampen sehen mich jetzt gerade relativ wenig Warte mal, wo war das jetzt? Da! Das ist am Anfang Das müsste zwölf sein Ja, perfekt, haben wir jetzt auch Ja, was man nicht alles schnell lesen kann in einer halben Stunde, das ist gut Okay Witzig Fällt jetzt nur noch die Eisstrecke und dann haben wir Welt 2 Ach, war das schon? Ne, dann fehlt noch das ganze Äußere Wo ich auch noch nicht alles hab Ich werde jetzt die Eisstrecke machen, dann das Äußere was noch fehlt und das war's Und jetzt Welt 2 Welt 3 werde ich dann mir morgen vornehmen Komplett Und, hab ich recht? Ja, fehlt noch das Äußere, die 2 Fragezeichen und Ich guck mich noch ein bisschen über um Wo noch 2 Kugeln sind und bla Ich fang mal ganz vom Anfang an Vielleicht verschafft mir das ein bisschen mehr Klarheit Ja, zum Beispiel könnte man ja hier rauf Oder dort So Interessant Hier kann man hin Cool Gut, dass man hier rauf kann Aber hier ist bestimmt mehr geld Geheime Kugel. Oder? Wieso kann man hier hin? Ha? Da hinten? Warum kann ich denn da rauf? Okay. Komisch, wieso können wir denn da hin? Wenn da noch eine Geheime Kugel ist und zwei Edelsteine, hm? Sehr intrusant. Gut, nehmen wir mal hier noch welche mit. Ich gucke aber erstmal eh sowieso mehr hier. Hier ist nix. Gut gemacht, Spyro. Die Energie deiner Kugeln hat den Wirbelwind aktiviert. Ha? Gut. So, Fünfer, Zwoar. Dann müssten wir hier Außenbereiche alle haben, oder? Ja, haben wir. Ich gucke erstmal, was das hier ist. Was ist denn hier? Metro... Strecke... Was? Hier gibt es zwei? Wie kommen wir eigentlich da zum Teufel hin? Wahrscheinlich von dort oben. Ich werde mich hier nochmal umgucken wie ich da hin komme. Das sind echt mega viele. Das sind richtig viele die mir noch fehlen. Jetzt muss eine Stelle sein, wo ich die meisten noch so ein bisschen vermute. Das ist richtig. 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 Das ist richtig.